Eier Wir brauchen Eier, genau Wir brauchen Eier, liebe Schnittchen Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde von WarpsClanWars mit Peter, Bram, Jey und Mir Oh man hat tatsächlich nicht viel Wir spielen BNG Bazooka und Granaten Ich frag mich ja bei der Einstellung wie gut irgendwie klug es dann doch war nur kleine Würmer zu nehmen Wenn es eigentlich nur Bums ankommt Autsch Das fand ich schon mal gerecht Boah ich mag diesen Mustache einfach so gerne Du riechst dich redneck Junge Lass doch auch so einen wachsen, also den Rest wegrasieren Du musst nur so einen geilen Ja oder ich Ich mach so einen wie Lemmy Ja ja warum nicht Musst du nur da aufpassen, dass du Sepp nicht so verwirrst Alter keine feste werfen Du 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 wirst da ist dran. Oh, ins Feuer mit ihm, ins Feuer. Aber schubsen reicht nicht, ne? Ja, Mine nebenlegen. Ah, wir haben sogar eine. Nice. Kriegt Moral P zwar ein bisschen was ab. Das stinkt doch hart. Ins Feuer mit ihm. Dancing. Ey, der hat aber nicht viel gedanst. Boah, was ein Glück, ey. Ja, aber der hat ganz schon viel Schaden gekriegt. Ganz stimmt. Der hatte vorher ja schon viel Schaden durch den Versuch durch den Fass. Nein! Sehr gut. Alter, voller, ey. Schick mit dem. Hör mal zum Reinbumsen, das wäre echt besser als die bewirklichen. Hallo. Ja, das Problem war, bei BMG wussten wir auch nicht hundertprozentig, was es ist, aber Christian hat es erraten. Bumse, Unke, Ficke. Ja, das war Johnny's Zipp. Oh, nee, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht. Nichts nicht. Sinn, weil du so wenig Dammage machst. Ich mach' dich. Du schreibst das. Ach, nein. Ach, nein, nein, du wirst halt einen riesen Vorteil haben, sobald die Zeit abgelaufen ist, wenn du so lange überlebst. Ja, wobei wir haben keinen Jumpback. Ja. Umso schlimmer für die Dicken. Nein! Boah! Fuckface Ah, Peter, geh du mal in die Hülle Ah! Das sind halt Oh, hey Oh, scheiße! Oh, nein! Oh, scheiße! Ah, der geht drüber Oh, ne, nicht ganz Scheiße, hey, ein bisschen schlecht geschossen Was? Boah, Alter, das hat doch... Das hat doch wohl genug Scheiße gemacht Mit dem Würmer zu haben ist echt ne schlechte Idee Glorious Wer würde? Der wäre an deiner Stelle dicke Würmer genommen Und nicht so kleine Ja, merke ich auch gerade Warte, warte, warte Oh, wer sich schon da verpisst Haha! Was bringt dieses Glückding eigentlich? Weiß ich nicht, sehen wir jetzt Oder eins Oder eins Wow Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass ich da runterfalle Oder wenn ich nach unten schieße Gegen den Berg zu schießen Was ist mir schon mal passiert Das ist mir schon mal passiert Einen Moment Wär jetzt fast dumm gewesen Ja, das wär fast dumm gewesen Warum das denn? Das ist doch ein dickerer Wurm Das ist kein kleiner Das ist kein kleiner Bitte, irgendwie gegen die Kante Irgendwie gegen irgendeine Kante Bitte! Nein Ah, nicht weit genug Aber diese kleinen Würmer Die haben einfach keine Power Naja, die sind nur agil Jawohl Alter, das wär echt noch um die zwei Bullys auf den kleinen, ja Ich bin Richter Ne, ich bin Anwalt Hallo? Wirst du doch nicht die Justiz angreifen, Peter? Ich bin Anwalt, Junge! F*** dich! Waui! Da scheißt jemand auf das Gesetz Peter ist lawless Oh Gott Jetzt hat der Jay allerdings einen bönen Vorteil da oben Oh Gott Weil er mich da runter schießen kann und isch nisch Ich frage mich, wird der gerade überlegt Den kannst du nicht Wo ist da der Sinn? Warum war das denn Sinnfrei? Ist Peter töten können? Hätte ich tun können, aber Dann kommt Peter nachher wieder vor meinem da oben dran Stimmt, der war voll klug Boah, ich verstehe den Sinn Kein Wurmwechsel Aber Christian von Tag Verstehst du nicht so viel Christian, wir können Freunde sein Was? Geh weg Hast du mir nicht gerade eine Mine vor das Gesicht gelegt? Na, was? Das, ne, hab ich nicht Keine Mine da hinlegen, Christian Ja, ja, ja Alter Aua 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 Bin Wollt halt die beiden da unten treffen Du schießt da oben auf den gelben Nein Pädapol bringt einfach meine angefallene Arbeit Alter, die machen so viel Damage die Dicken Ich werde dich sagen, Daddy Ich werde dich zuerst sein Ich werde dich zuerst sein Stell dich direkt daneben und drück ab Oh, wir haben Dynamit Das hat besser sein Aua 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 Bleibt er unter Wasser, oder? Ja Sieht er noch aus Ich glaube, er ist jetzt direkt wieder dran Ah, das stimmt Geil Nein, geh nicht auf die 52 Nein, ja genau, perfekt, Alter Au Bram, bye bye Wui Nein 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 Der macht fast gar keinen Schaden Ja, der trifft dir nicht Oh Gott Oh Gott Geil Weißt du, wie so ein Knallfrosch Mehr ist der halt nicht Komm schon Komm schon Ich finde, das sollten die Kleinen nicht dürfen Ich glaube, das ein kleiner schaffen könnte Ja, eben Das sollten die Kleinen echt nicht dürfen Dann hättste weiter unten liegen lassen müssen Ja Schöner links Wenn die Mine gleich hoch geht Dann hättste weiter unten liegen lassen müssen Ja Du meinst wegen dem Loch dann, oder was? Ja, genau Dann wär der vielleicht durch die Sucht reingefallen Naja Okay Achso, ich könnte auch noch Jay wegmachen, wa? Wenn ich nicht versage, was ich tun würde wahrscheinlich Kannst Jay wegmachen? Ne, Moment Was ist Christian? Was? Weißt du was? Bevor ich versuche Christian da wegzumachen, versuche ich lieber Ja genau, noch mehr auf mich Ich hab ja so viel Den unmöglichen Du hast doch noch die Meisten Oh fuck Christian weint hier voll rum, obwohl er Ja, die Meisten hat der Letzter ist Ja, du hast drei Würmer noch Ja, du hast drei Würmer noch Ja, du hast auch vier Ja, gleich nicht mehr Ja, gleich nicht mehr Der Kleine macht es aber nur 45 Schaden Boah, du machst ja gar keinen Schaden Scheiße Aber von Worms versteht Jay nicht so viel Das ist natürlich kackiges Daum, ich kann mit dem ja nix machen Du kannst unten auf die 9, 16, 65 irgendwie versuchen zu schießen Meist da ne Granate Ja, ne Granate Dann koste ich ja nix Äh doch, wahrscheinlich den 15er, wenn ich Pech hab Das wär halt schon echt fail, wenn du so würfst Voll mega vorsichtig geworden Ja Boah, Alter, wie viel ich noch hab, ey Ein 18er, ein 15er, krass Mit Abstand die Meisten Ah, nein, nicht schwimmen Ach ne, das ist ja gar nicht Peter Nein, der hat eben schon da reingeschossen Ich dachte ich... Ich wollte wieder da unten reinschießen, aber dann hat nicht geklappt Ich probier's einfach nochmal Wohin willst du eigentlich schmeißen? Na oben 114er Nice War schon nicht schlecht Er war schon nicht so schlecht Position der einfaches Keller Die ist scheiße Die ist scheiße, du wirst uns damit alle überleben Ja, aber spätestens wenn du um eins gegen eins bist Keine Ahnung Wenn derjenige, der überlebt, links ist Was mach ich denn da? Nix Ja Du hast kein Jetpack Nix, du kommst da nicht weg Oh, wir haben einen Teleporter Der baut sich auf Oh, jetzt kommt da ein Lebensding hin, oder was? Am Arsch Wow Du-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv-Duv Settens perto Bomn, ist hinten in die Ecke rein Na sicher Ist ja eine gute Position jetzt Ja weil nächste Runde, also ich war ja nicht mehr dran gewesen, da ist Suten Death Ja Bram, das hätt sie wohl so. Das hätt sie gerne, Bram. Der wurde mich mir scheißegal. Jetzt wird jetzt einmal die Teleporter gefunden. Nein, der ist tatsächlich da vor mir dran. Ich dachte, die drei sind vor mir dran. Ficken. Ja, was mach ich denn jetzt mit dir hier? Ja, weg teleportieren. Aber muss er mal im Kopf machen, Peter. Boah, das wird Aua machen, Jay. Gut, dass du nicht auf die Idee gekommen bist, den nach rechts zu planten. Damit er dann links rüber auf die Trüffelmacht sich noch Schaden macht. Na, ich muss da selber irgendwo hin. Ja, eben. Ja, ist okay. Ist ja okay, mein Freund. Gott, das war nicht so klug, glaube ich. Ja, da stehst du richtig gut. Da wirst du kaum Schaden kriegen von der Explosion. Alter. Alter, was hast du gerade noch mal gesagt? Das macht 65 Schaden, das ist krass. Das ist wie ein Dynamis. Ist das schlecht. Das ist doch scheiße. Warte mal, das macht 65 Schaden? Alles klar. Hallo, Peter. What the fuck? Ich werde dich jetzt auslösen. Ich werde dich jetzt auslösen. Ich werde dich jetzt auslösen. Ne, unten hat er noch eine 13. Er hat noch einen. Oh shit, Alter. Alles für die... Nein! Okay, das würde ich ja trotz. Nein. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Er könnte ins Wasser fallen. Die Explosion könnte groß genug sein. Ja! Ja. Alter, Vater, ey. Da gucke ich jetzt aber richtig dumm, ey. Ja, vor allem bin ich wieder der Erste, der weg ist. Scheiße. Weil Peter mich gleich machen wird. Fuck. Noch einen Mahnen. Na gut, das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Hoffentlich falle ich auf Peter wenigstens. Peter, auch ein Telefrau, oder? LOL! Peter hat eine Telefrau. Oh, er setzt sich jetzt endlich um. Oh, das war gut. War nicht schlecht. Das war nicht schlecht, Peter. Okay, jetzt kann ich nicht mehr auf Peter fallen. Na, hast du gut gewonnen. Das war richtig gut. Das war ziemlich ein nice Move, ja. Afkack-kacken. Ach, Mann! Ich finde das immer schön, wenn Jeyans aus da rausfliegt, nachdem man eine ganze Runde lang die ganze Zeit sagt, ja, der hat keine Ahnung, Taktik, boah, wieso hast du das nicht so gemacht? Das ist so dumm. Mein Gott, dass ich laber, dann sollten wir wohl jedem mittlerweile auffallen sein. Oh, eine 19 HP hat er mittlerweile bekommen durch das Glückstigen, das ist ja der Wahnsinn. Christian, leg mal da jetzt einen Magneten hin. Hm? Leg mal einen Magneten dahin. Ja. Lustig. Hat fast geklappt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was ist das eigentlich immer für ein Leuchten? Das macht gar nicht genug Damage, ne? Was für ein Leuchten? Sicher? Als Bram da angekommen ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Doch, bin ich mehr. Heiße. Ja, oder wie auch immer, ist mir eigentlich egal, wer von euch gewinnt. Nein, ich bin für Peter. Peter macht jetzt ihn. Wir vermichten sich jetzt da gegenseitig. Aber ich stehe tiefer. Das ist das Problem. Ich komme hier nicht weg. Du musst einfach bis zu schießen. Das ist noch ein Teleporter. Das ist noch ein Teleporter. Stimmt, theoretisch habe ich noch ein Teleporter. Wo soll man noch? Erstmal noch ein paar Granaten werfen. Bazooka. Theoretisch auch eine Bazooka, aber vielleicht kriege ich den 100er da weg mit einer Granate. Never. Na, die rollt noch rechts weg. Ja, richtig. Oh, wobei. Nie möglich. Das nächste Mal. Ich würde genug Schaden machen, wenn ich direkt dabei sch... Wobei, die Kleinen kriegen mehr, oder? Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das reicht. Ja, scheiße. Ja, reicht. Er ist unter Wasser. Ich bin Wasser. Ich bin Wasser. Wahrscheinlich so. Frech. Ohne Spaß, ey. Die Taktiken, meine eigenen Würmer zu opfern, gehen einfach nicht auf. Oh, hallo. Hi, Kreis. Ich dachte, du bist im Wasser. Ja? Oh, ja. Könnte wirklich Pera noch gewinnen. Nochmal den Granatenwurf auf vier Sekunden. Oder fünf. Ich versuch's mal, ja. Scheiße! Der nächste trifft mit fünf Sekunden. Er nähert sich zumindest dem Ziel. Das ist ja abgefuckte Mexikan-Stand-Off-Situation hier gerade. Okay. So. Oh. Das sieht nicht gut aus, wenn du dich graben. Du stehst ja irgendwie so zwischen den Fronten. Ja. Aber dafür kann der dann in alle Richtungen schließen. Der hat aber noch eine... Nein, 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 nein. Kanone. Heraportations-Kanone. Wo war ich denn nicht verschwören? Doch, hallo. Ey, voll der Nachmacher, ey. Sorry. Boah. Alter. Egal, ich muss mir da was erstellen. Ich muss da in der Ecke bleiben. So, wie soll ich euch Lutscher denn jetzt bitte treffen? Können wir das mal jemanden erklären? Mal doch einschießen. Ja. Das ist ja genug Zeit, Peter. Machen wir einen Schritt ins große Glück nach vorne. Machen wir einen Teleporter hin. Oben zu denen hin. Ja. Auf Bram. Einen Moment, dann gewinnt der. Machst du jetzt mit Wax? Ach so, der teleportiert sich dahin. Boah, der Peter, der alte Fuchs. Ich hoffe so, dass das funktioniert. Dann würde ich noch einmal, glaube ich, schießen. Nee, dann bin ich tot. Du hast ja sogar noch einen Brenner, um dich nach oben zu brennen. Du Lutscher. Stein um Stein mauer ich dich ein. Aber der kommt dann noch raus. Das geht nicht. Nee, das funktioniert nicht. Was soll denn das? Wieso geht das so nicht? So weit weg wahrscheinlich. Ah, das stimmt. Du wirst es mir ja lang gehen. Oh Gott, jetzt rechte Zeit nicht. Drei, zwei, eins. Oh, war geil. Ich glaube, Leertaste gedrückt. Ach, ist doch scheiße. Kann man das Ding ja nochmal drehen mit dem Mausrad, oder? Nee, mit dem Tab. Das kann ich wahr sein. Oh. Cool. Das ist ein Geschenk, ey. Das kann ich wahr sein. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe die Schüpfel nicht gesehen. Ich habe die Schüpfel nicht gesehen. Peter, ich will doch nicht nochmal schießen. Ja, das meine ich ja. Das würde niemals funktionieren. Ich finde das ein bisschen unsexy, dass Peter jetzt gewinnt, aber... Tue ich ja überhaupt nicht. Einer von euch kann überleben. Wie soll ich das gewinnen? Du stehst doch höher. Als wir beide. Und keiner von uns kann weder noch die Teleportkanone nutzen. Ja, wir können es noch höher machen als der. Ja, richtig. Das stimmt. So, jetzt aber. Da ist sie. Du Lutsch. Ja. Ist witzig. Wunderschön. Das Geile ist, jetzt kannst du dich schön hochbauen. Und ja, was macht Bram jetzt? Der baut jetzt selber so ein Ding ein. What the fuck? Fuck you. Ihr seid so behindert. Ah, Peter. Und jetzt? Peter muss jetzt unten rechts auf das Fähnchen... Boah, ey. Ohne Spaß. Was soll ich bitte machen? Ihr baut euch gegenseitig ein. Da darf ich mich auch einbauen. Spielweise. Ja, ja, Peter ist echt wieder... Oh mein Gott. Ich mag das überhaupt nicht. Na, guck mal. Da sind sogar die Züge raus. Was hätte ich an deiner Stelle machen sollen? Ja. Volles Mett aufgeben auf die. Ach so, ja. Dann brauche ich mindestens drei Schüsse durch, bis ich das geschafft habe. Aber immerhin hast du dich nicht verpisst wie ein feiges Huhn. Boy, what the fuck. Du kannst das nicht aufhören, ne? Stimmt. Man kann das ja gar nicht abbrechen, hups. Echt? Kann man nicht nochmal mit zweitern. Damit bist du doch in die komische Dinge ins Reingelaufen. Ja, ich habe extra nochmal gedrückt, aber das ging nicht. Komm schon. Ne, das geht leider nicht. Das habe ich auch festgestellt. Wisse, Peter gewinnt durch. Der Braben. Son, der. Jetzt kommt er nochmal raus. Jetzt schieß ich noch einmal, damit Jay... Jetzt schieß ich damit Jay die Fresse hält. Boah, super. Vorher zu schießen, hätte voll viel gebracht. Hoffentlich fällt ein Klavier vom Himmel und tötet deinen Wurm oder sowas. Weißt du, als ich mich da oben hingeschossen habe, sagtest du noch, boah, du bist ja richtig klug, alter. So Leute, Braben hat gewonnen, ich bin zweiter Jay ist dritter und damit für sich jeder als letzter. Jeder als letzter. Christian hat es aufgenommen. Damit danke ich vielmals fürs Zuschauen. Schon wieder geworden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.